Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch wie versprochen den letzten Teil der Elfenreihe von Bernhard Hennen vor. Das ist eigentlich eher so eine kleine Novelle, aber gehört trotzdem irgendwie dazu. Es geht um Elfenlied. Ich finde das Cover sehr, sehr schön. Wir haben hier auch wieder den, naja, das Schlüsselelement des Schwertes, was wir auch bei den anderen vier Büchern schon hatten. Was mir aber sehr gefällt, ist der schwarze Hintergrund und diese goldene Schrift dann. Ich finde, das harmoniert einfach sehr, sehr gut und gefällt mir wirklich gut. Worum geht es? Tatsächlich ist das hier die Lebensgeschichte der Lutin Ganda. Ganda haben wir schon in Teil 3 der Elfenreihe kennengelernt, als sie mit Oluwein nach Iskendria reist, um dort eine Lösung dafür zu finden, dass die Yengis immer weiter nach Albenmark eindringen und vor allen Dingen, um den Almstern wieder zu reparieren, den Emerald zerstört hat, um die Trolle davon abzuhalten, in Burgelfen nicht einzufallen. Das hier wird von Oluwein geschrieben, weil er Gandas Nachlass quasi gefunden hat und den jetzt wieder zusammensetzt. Und da erfahren wir dann eben auch endlich, was mit ihr denn passiert ist, weil sie in Teil 4 plötzlich verschwindet oder ich glaube sogar noch in Teil 3. Sie findet Oluwein ja nach der Schlacht gegen die Trolle auf dem Schlachtfeld und pflegt ihn wieder gesund, aber er verliert ja dann sein Gedächtnis. Und danach taucht sie, glaube ich, noch ein oder zweimal auf und plötzlich ist sie komplett verschwunden. Und in einer Szene kommt die Fürstin Alataya nach Burgelfenlicht und hat ein Buch in den Händen, in dem Elijah Globs, ich glaube, das war er, Gandas Buch erkennt und tatsächlich sich dann fragt, so was ist mit der passiert, wo ist die eigentlich und so, aber es wird nie aufgeklärt. Und das ist jetzt hier in diesem Buch endlich der Fall. Ganda ist mit ihrer Mutter zusammen auf Reise gewesen, schon seit sie ein ganz kleines Mädchen war, bis ihre Mutter dann gestorben ist und sie bei einem Kentaurenstamm aufgewachsen ist. Dort war sie, glaube ich, ein paar Jahre und dann kam der Hofmeister Emeralds, Alvias, und hat Gandar abgeholt. Und dann hat sie ein paar Jahre am Elfenhof gelebt mit Emerald, bis sie schlussendlich von einem der Iren, also von Gromian, der ja dem Stamm des Elijah angehört und diesem Stamm gehört Gandar ja auch an, erscheint und Gandar mitnimmt. Und sie wächst dann bei den Luthin auf und ist dort gar nicht gern gesehen, weil ihre Mutter als Verräterin gilt. Und sie hat es eben einfach sehr, sehr schwer unter denen, bis es schließlich zu einem Angriff durch Kentauren kommt, bei dem ein Mädchen im roten Kleid getötet wird. Und dieses Kleid gehört eigentlich Gandar. Und da wird eben klar, dass die Elfen es auf Gandar abgesehen haben, warum auch immer. Und der Stamm schließt sich um Gandar zusammen und beschützt sie. Sie wächst zusammen mit Elijah Globs auf. Und die beiden werden ja auch ein Liebespaar dann. Das wissen wir schon aus den Elfenbüchern. Und dann gründen die beiden die Bewegung. Und Elijah ist eben mit Elan hinterher und reist auch ständig durch die Weltgeschichte, um irgendwelche Leute zu requirieren. Gandar ist da so ein bisschen zwiespältig, aber sie macht schon auch mit. Und schließlich kommt es zu einem Ereignis, was ziemlich lustig ist, aber auch sehr gefährlich. Denn Gandar spielt dem Elfenfürsten Chandral einen Streich. Den kennen wir aus den Elfenbüchern auch schon. Der hat seiner Elfenfrau auf jeden Fall gequält und die verstümmelt und keine Ahnung was. Das war so ein richtiges Arsch. Und Gandar hat den halt auch schon mal kennengelernt und weiß, dass der ein Arsch ist. Und deswegen hat sie ihm eine kleine Stinkbombe in seine Hochzeitstorte gesteckt. Und als er die anschneidet, explodiert die halt und macht alle Elfen voller Torte und stinkt auch einfach übel. Und Gandar begibt sich dann natürlich sofort auf die Flucht, kommt aber nicht so weit, denn sie durchquert einen Albenstern und wird von Alvias gefunden, der sie wieder zu Imarell zurückbringt. Und die Elfenkönigin bittet Gandar zu bleiben, denn Chandral hat eben Hesha ausgesendet, um Gandar zu finden. Und sie ist nur in Schloss Elfenlicht sicher. Gandar bleibt da und schließt dann auf Freundschaft mit einer Blütenfee, die wir auch kennen, nämlich Mondblüte. Das ist eine kleine Fee, die stirbt, weil Imarell den Albenstern zerstört und die Yingis nach Albenmark kommen. Und schließlich endet das Ganze eben damit, dass Gandar mit Oluwein nach Iskendria geht und dann schließlich nach der Rückkehr, also das springt dann wieder dahin quasi, wo wir Gandar verloren haben. Und Gandar ist jetzt eben in Schloss Elfenlicht und bemerkt dort, dass sie eine ganz wichtige Sache über ihre Zukunft, über ihre Vergangenheit gar nicht weiß, nämlich das, was mit ihrer Mutter passiert ist. Und dafür muss sie die Tasche ihrer Mutter wiederfinden, die sie vor Jahren in Schloss Elfenlicht vergessen hat. Und das tut sie auch tatsächlich und stellt sich heraus, dass diese Tasche ein Schlüssel ist, um an das Geheimnis der Fürstin Alataya ranzukommen. Und ja, das verrate ich jetzt nicht mehr. Das wäre nämlich zu viel. Auf jeden Fall kann ich sagen, mir hat das Buch ziemlich gut gefallen. Ich habe erst gedacht, so, es ist einfach sau nicht nötig, jetzt noch ein extra Buch für die Gandar zu schreiben. Aber ich fand es sehr, sehr cool, weil ich muss sagen, nach Teil 4 habe ich schon gedacht, so, was ist denn jetzt eigentlich mit der? Wieso wird nicht mehr von der gesprochen und so? Wo ist die hin? Und keine Ahnung, weil man ja ganz viele Sachen nicht erfährt. Zum Beispiel auch nicht, wie Olo-Wein sein Gedächtnis wieder erlangt und sowas. Das finde ich halt so ein bisschen schade, denn am Ende vom ersten Teil war er ja wieder normal Olo-Wein. Und hier ist er auch wieder der normale Olo-Wein. Das fand ich halt so ein bisschen blöd. Aber ich finde es irgendwie total rührend, dass Olo-Wein sich die Mühe gemacht hat und Gandars Lebensgeschichte aufgeschrieben hat, weil irgendwie ist sie ja auch so eine Art Heldin. Sie hat ja schlussendlich die Wende gebracht. Und das, finde ich, wurde halt gar nicht so wertgeschätzt. Und hier eben schon durch Olo-Wein. Und das finde ich wirklich sehr, sehr nett gemacht. Tatsächlich hat diese Geschichte von Gandar nur 155 Seiten. Danach gibt es so eine Passage von nochmal so vielen Seiten ungefähr, wo es solche Gedichte gibt, die die Blütenfee Mondblüte für oder beziehungsweise über ihr eigenes und Gandars Leben geschrieben hat. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich hatte nicht noch die Nerven, mir das zu geben. Ich fand es ein bisschen unnötig einfach. Ganz hinten gibt es dann nochmal eine Anmerkung zu den ganzen Sachen. Aber das ist eigentlich hauptsächlich unnötig, meiner Meinung nach. Und dann gibt es hier noch so fünf richtig komische Bilder einfach. Ich zeige euch das einfach mal. So was und so was. Also keine Ahnung, ich finde es halt sau nicht nötig. Und auch überhaupt nicht schön, diese Bilder. Ich finde, die wirken einfach total billig und machen dieses Buch. Und die ganze Reihe irgendwie so ein bisschen lächerlich. Aber trotzdem muss ich sagen, mir hat das Buch auf jeden Fall gefallen. Es war nochmal so ein netter Abschluss zu der Elfenreihe. Und jetzt auch nicht so dick wie die anderen Bücher, Gott sei Dank. Gekostet hat dieses Buch neu 9,95 Euro. Finde ich für die Länge sehr in Ordnung. Vor allen Dingen, weil der Autor durch die ersten vier Bände ja schon bekannt ist oder war. Aber wie gesagt, ich finde, man kann eigentlich nur mit der Hälfte dieses Buches was anfangen. Deswegen hätte es meiner Meinung nach auch einfach so dünn sein können und dann für weniger verkauft werden. Aber okay, ich kann es verstehen. Ich finde den Preis in Ordnung. Ich habe das hier zusammen mit den anderen Elfenbüchern auch bei Medimops gekauft, gebraucht. Da hat es halt wirklich nur ein oder zwei Euro gekostet, was ich dann eben wieder ganz gut finde. Ja, soweit dazu. Ich habe mir jetzt Folgendes überlegt für die nächsten Wochen. Und zwar möchte ich eigentlich so eine Reihe starten, also eine Jugendreihe mit Vertrauen und Verrat oder so heißt das. Allerdings muss ich die Bücher erst bestellen, bevor ich sie lesen kann. Deswegen werde ich mit einem Buch so ein bisschen dazwischen sein. Und zwar heißt das Lucien. Das habe ich ausgeliehen bekommen. Ich glaube, das ist auch so ein Teenie-Ding, aber ich werde es einfach mal lesen und euch vorstellen. Und ich glaube, danach dürfte ich dann soweit sein, dass ich euch die Walter Mörs-Reihe vorstellen kann. Also die Zermonien-Reihe von Walter Mörs. Und damit soll das Jahr dann auch enden. Ich werde euch in der letzten Januarwoche noch ein Video dazu hochladen, wie mein Jahr so gewesen ist, was für Bücher, wie viele ich gelesen habe und so weiter. Und dann starte ich im Januar mit einem neuen Video, um euch meine Books-to-Read-Liste für 2020 vorzustellen. Soweit also zum Plan. Ich denke, ich werde 2020 direkt mit Chroniken der Unterwelt anfangen, weil das schon seit Ewigkeiten auf meinem Plan steht. Sogar wirklich seit einem Jahr, seit ganz genau einem Jahr, weil ich meine Freundin Anna habe ich im Dezember letzten Jahres kennengelernt und die hat mir diese Reihe sofort empfohlen. Die ist zwar schon sehr, sehr lang draußen, aber ich werde die trotzdem lesen und euch dann vorstellen. Und dann gibt es nächstes Jahr auch noch ganz viele Neuerscheinungen von Reihen, die ich hier schon angefangen habe. Die habe ich mir alle schon notiert und sowas. Und ja, dann schaue ich mal, wie es nächstes Jahr so weitergeht. Auf jeden Fall könnt ihr euch dann beim nächsten Mal auf ein neues Jugendbuch freuen. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und noch einen schönen Tag.